Du bewirbst dich beim Bayerischen Hof und du willst es verschweigen? Ja, nur wegen meiner scheiße Augen gebe ich meinen Traum nicht auf. Aber wie soll denn das gehen? Ich werde üben. Dann darf ich Sie bei uns begrüßen. Danke. Mein Name ist Fred, ich bin der Personalleiter. Ich freue mich, Sie bei uns im Team begrüßen zu können. Danke. Ich wusste, dass irgendwas mit dir nicht stimmt. Siehst du, also bitte Verratka. Das kann ich nicht. Du solltest sie jetzt mal sehen. Links, sechs Stufen. Sorry, sieben Stufen. Vorsicht, bitte. Ja! No way. Laura, ich bin übrigens Ali. Vielen, vielen Dank. Überhaupt kein Problem. Du bist kurz davor, das ganze Kartenhaus, das hier so mühevoll aufgebaut ist, mit dem Arsch wieder einzureißen. Zali, was ist los? Was, Gassi? Mann, Zali, such mit! Ich kann nicht mit suchen, ich kann nicht sehen! Das war immer mein Plan. Lassen Sie mich zeigen, dass ich es schaffen kann. Ich werde das treu nicht aufgeben, auf keinen Fall. Vera! Hier, Frühstück ist da. Sieht das nicht verführerisch aus. Sehr verführerisch.